. Ich hoffe, du tappet dich. Hä? Ja. Ja. Ja, ja. Was? Das ist nicht gut. Nein, nein. Du, das war nicht gut. Und was ist das hier? Ja, ja. Das ist gut. Nein, nein. Ja, nein. Ja, ja. Das ist gut. Ich bin sicher, ich bin in den Miliertechnisch-Shops grüßt. Ja, ich bin echt. Das ist gut. Wir holen euch das. Ja, ich bin echt gut. Wir sind ja überall gewesen. Ja, schon. Ja, ich bin gleich schlafen. Ja, ich bin echt zu schlafen. Bis jetzt zu schlafen. Ja, das ist alles für dich, wenn es. Also, was ist es schon? Ja. Ja, ich bin echt zu schlafen. Was? Ich bin echt zu schlafen. Nein. Ich erinnere mich nicht, wo du dich schon immer so frach macht. Du hast es mit kein Problem. Vielleicht, ob du etwas anderes möchtest. Nein, das tut es nicht so. Ich bin so drückt. Also, ich finde es jetzt, wenn du mal technisch noch dazu machen, weil du es frisch für dich wirst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du es nicht so frisch warst. Aber wir müssen nicht wirklich angeln. Achso. Ja. Ich weiss, dass wir glaube schon. Wo bin ich nicht, wo wir ein bisschen die Eile sagen, ich habe wohl schon mal, Ich weiß nicht. Wobei, das Unterhandel hier hat eine mehrere Hisself-Mögliche. Ich bin wirklich klar. Ich bin wahrscheinlich immer von den wenigen. Ich weiss nicht darum, wie wir uns sehen. Aber wir können nicht zu einem Fall angeln. Wie kann ich da? Ja, nein. Ich habe den Vittoria-Watt mit dem Töffel 1971. Ja. Da habe ich mit dem dran mit dem 171 von der Sion. Okay. Mit dem 171 hat er gesagt, dass er vor der Ruhr... Aber nein, da kommen wir ganz da mit dem Spitz vor. Ja, das ist ein Matschopper. Ja, das ist ein Matschopper. Ja, wir sind gerade bei dem hier. Es ist schon schön, dass sie dann mal in den 171 oder in den 171. Ja. Ja, das ist auch so ein Verbrechen drin. Ja. Gut, das war dann zum Abend zum Jürgen-Zeit-Standler-Tram. Deswegen ist es gut ein. Der ist meistens neun dran gewesen, und die anderen sind dann fünfe dran gewesen. Ja. Ich bin ein neuer Standort. Ja. Ja, das läuft schon. Eure Fachwerte, wenn Sie nur einen Standort machen, aber dann probieren Sie, zu überpassen. Ja. Das ist schon so, ja. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.